hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play von last epoch ja wir erreichen bei den spricken form skill und können bald auch noch bessere ausrüstung zu haben nämlich hier auch hier jans pedals und wallroth ok auf level 50 erst im gürtel ja direkt weiter schuhe glaube ich noch schuhe können wir schon tragen deshalb austauschen jetzt bohren hier immer wieder genau die peisenden wein und diesen engangling brut den wir unbedingt einfach die wir brauchen die schuhe unbedingt damit wir dennoch kosten können wir in der spricken form können wir leider ja keine engangling ruts sporen so wir gehen wieder zurück zu diesem teamer stadt teamer die untergegangen ist so machen schon mal weiter damit wir das auch erreichen spricken form muss unser werden das müsste früher auf level 5 von droidisch und freispielbar sein natürlich wichtig ohne ja diese form ist irgendwie ja der bild also kann einfach nicht stark genug sein so jetzt gerade gar nicht ob es ein bisschen zu laut ist bei mir ist ein bisschen zu laut keine ahnung so ok wir müssen hier durch glaube ich auf jeden fall lohnt es sich besser hier durch zu gehen ja ein sehr schönes level ein bisschen nervig manchmal wegen den gegnern die hat immer wieder auftauchen ich weiß nicht aber für mich sehen solche bosse die jetzt ergonomisch jetzt nicht immer so gut sind eigentlich immer lustig als also ich finde es ganz schlimm wenn die entwicklung jetzt nicht gerade so schön gedesignt haben mich sieht es immer so interessant aus wenn ergonomisch körperlich irgendwie so ein bisschen komisch alles ist der kleine kopf der zeigt schon die gegner nicht gerade sehr intelligent sind sein könnten in größe sagt er nicht anders aus manche menschen sind intelligenter als dumme tiere dumme manche tiere sind intelligenter als dumme menschen so was ich manche menschen zu glauben intelligent zu sein oder so das gegenteil irgendwie eher also wer angebt ist meistens sehr dumm weiß nicht dass man so etwas nicht macht das angeben vor intelligenz es gibt so ein quiz im ersten oder im zweiten cdf so drei leute mega angeben ich sag meinem vater immer wieder ja die wo die frage wusste ich aber die nicht ich weiß nicht aber mein vater schaut ja gut intelligent sind ja auch nicht ja ist ja nicht mehr so nützlich jetzt was viel mehr unix gibt der starb jetzt klar also die stangen waffe jetzt gar nicht mehr so gut aber hat mich immer so ein bisschen gefreut dass ich den bild genommen habe mit weibestreich oder wie der heißt selbst einsteig genau einzusetzen auch die minions und so richtig geil schade wird nicht mehr oft gespielt die entwickler haben da ja 7 strike habe ich ein bisschen kaputt gemacht ok aber vor dem boss müssen wir noch kurz bringen vor dem freischauen wenn der boss recht stark ist beim blitzschaden ok haben wir schon gute verteidigung nekrotik ist gar nicht so schlimm ob die blitze sind schlimm gut dann schauen wir mal noch mit s sind es nämlich x ok muss ich wieder ein bisschen üben was ich drücken muss genau noch einen das schaffen wir sonst machen wir hier einfach ein bisschen mehr ist ja auch schlecht aber wir leben irgendwie sehr langsam die haben das wahrscheinlich schon extrem zurückgesetzt wie schnell man levelt in den gebieten ja ja wegen dem neuen akt mussten sie ja alles ein bisschen runter von stimmt ok so noch mehr schaden wenn wir toten zuerst verschwören sehr gut und die juggernaut und dreadnought genau die imperiale dreadnought ein wunderschönes level designrisch ja die gegner sind auch ziemlich gut oder paar zählische kröten die langsam sie machen auch richtig viel schaden gegen große gegner jetzt jetzt müssen wir springen vor da sind die schräg also hier nochmal das mal sehr wichtig also dieser dort angriff der macht schon recht viel schein dann haben wir ja gar nicht oder jetzt kein beterson auch hat okay exklusiv inklusiv ein exklusiv kurz noch zu den truen hier oben sind die noch da sind schon lange nicht mehr hier hochgegangen ja also eine tru ist noch da die nichts droppt truern lohnt sich gar nicht mehr so richtig zu öffnen weiß nicht aber die gegner droppen viel besser okay die tru ist verschwunden je und jetzt bringen form punktieren springen form austauschen mit ja natürlich er hat uns gebraucht nicht mehr so oder als erstes muss ich frei spielen healing toten da brauchen wir zwei angriffe ich tue jetzt mal eins gehe hier hin und ein hier hin ja ok nein fallblast damage später dann auch hier einen punkt rein so genau jetzt haben wir kein punkt mehr also ich tue hat hier einfach springen form jetzt müssen wir noch kurz waren bis die springen form duration durch ist zum aktivieren jetzt machen wir natürlich nicht mehr so viel schaden mit den eisplitten die sind wieder normal geworden aber da wir jetzt springen form haben haben wir das auch nicht so der mana geht natürlich schon runter wir haben wir noch ein bisschen mehr ok nicht schlecht also schaden funktioniert eigentlich aber das mana funktioniert noch nicht jetzt verlieren wir die springen form wieder aber die dinge sind die dinge bleiben oh ja die bleiben krass also noch ein bisschen dauern dann wieder aktivieren ok sonst müssen wir doch den eisplitter wieder skinn hier können wir aber eisplitter eigentlich so skinn dass wir die den brauchen wir den brauchen wir müssen level 35 erreichen dass wir überhaupt schaden machen also den trail string macht er beschwert gar nichts mehr ah das ist servicester gürtel genau stimmt ok ja easy also ja können wir auch gebrauchen wenn wir es noch drei level glaube ich vier level ja es beschwert noch nicht viele von diesen kugeln gegnern aber ja der schaden ist schon extremst verrückt heftigst heftigste und niemand skater und niemand skater skater ist ja mega stark jetzt bin ich schon fast was ja ist ja ist ja Der Weg ist immer noch eine Sockerkasse, ich wollte mal schauen, ob sie das verändert haben. Schade haben wir die Fire Spirit nicht mehr. Wie heißen die? Ah, ich öffne. Fire Spirit, ja. Ja, sehr interessant, der Spell. Und wir heilen uns immer sofort. Ich war jetzt in diesem Ding gefangen. Auch des Todes. Ja, wir brauchen sehr viel mehr Mana Regeneration. Ja, wir haben keine Mana Regeneration. Aber wir heilen scheinbar. Mana irgendwie. Irgendwie bekommen wir Mana. Hieber. Ja. Das ist doof, dass man diese Fähigkeit nicht umändern will. Ich wollte eigentlich Healing tot und jetzt Spam. Okay, ich muss einfach die E drücken dann. Gut. Wir brauchen irgendwie Mana. Okay, das ist der Blitz gewesen. Ich dachte schon, ich werde angegriffen. So man bekommt halt nicht so viel Mana. Was auch interessant wäre, ist das. Ja, ich weiß es jetzt nicht. Wo kommt ihr denn her? Gut, machen die nicht viel Schaden. Uff. Muss mir das noch ein bisschen verinnerlichen. Also was ich machen könnte, ist hier mal rüber zu scanen. Muss da einfach wieder zurück. Ich mach das mal nicht. Das ist fast Cheating. Also Great mit Wein ist so unglaublich stark. Das ist fast Cheating. Die machen so 3000 Schaden, denke ich mal. Ja. Jetzt machen wir einfach ganz viele Fail Spirit. Jetzt will ich extra kurz warten mit dem Spirit Farm Zeug. Und äh. Ja, vielleicht muss ich doch hier mal casten. Da wird scheinbar nochmal einige Zeit. Gut, jetzt kann ich dann gleich. Schade, dass die Abklingzeit so extrem groß ist. So, der Boss. Diese Blitze, die machen schon recht viel Schaden. Also wir haben die da. Okay, aber wir sind zu viel. Wir haben die ganze Zeit. Wir haben die ganze Zeit. So, der Boss. Das sind zu viel. Spam. Und jetzt, wenn wir Mana-Nöten haben, setzen wir diesen Skill ein. Oh, der Schaden. Schaut euch das mal an, wie der schneller runter geht. Okay, es bringt noch nicht so viel. Wir kommen noch zu wenig Mana-Nöten vom Toten. Na ja. Oh, cool sieht er schon aus. Ich bin Groot. Ich bin Grooter. Ich habe einen Stein in der Hand. Oh. So, Aldrich, jetzt bitte nicht mehr gefangen werden, gell? Ich bin immer noch Groot. Ich bin Groot. So, Chance to Home, so armen Helligen Toten, wenn Hit. Ja, das brauchen wir unbedingt wegen dem Mana. Gut, nehmen wir das. Jo, jetzt haben wir noch kurz ein bisschen Zeit. Gehen wir nach Küsteblühnchen. Reden mit dem hier. Das ist leider ein bisschen müde vom Gefangensein. Boah, 300 Schaden, äh, 500 Schaden, das war nicht schlecht. Genau, wir bekommen jetzt Mana hinzu. Ja, haben wir leider zu viel Mana verbraucht, wenn wir den in der normalen Form. Wir müssen einfach ein bisschen Geduld haben. Das ist noch nicht so praktisch. Noch mal so eine blöde Kröte. Äh, das ist ja fast eine Kröte. Das ist noch ganz, ganz anders. Ein Gliederfüßer natürlich. Eine Kröte ist ein Amphibie. Was haben eigentlich Gliederfüßer mit Insekten so gemein? Oder Krabben sind ja auch Gliederfüßer. Was haben die mit Insekten gemein? Nichts. Gar nichts. Das sind eher Fische. Aber Gliederfüßer sind die, die nur Gliederfüße haben, keine Füße. Also keine Zehen. Oder, ähm, dass die Füße so Glieder sind, also nicht ganz verbunden sind. Ich glaube, das ist der Grund. Wir sagen Gliederfüße, haben Gliederfüße. Genau hier sind diese Winged Carrions. Die sind mega stark. Weil sie zwei Leben haben. Haben einfach mal zwei Leben. Ja, wieso geht das manchmal nicht? Also ja, die Chance ist da zu kriegen, dass wir Mana bekommen. Ja, lohnt sich noch nicht. Wir müssen höher leveln. So. Aua. Brauch noch ein bisschen drin. Das muss ich eigentlich nicht sein. Ja, Carrions sind eigentlich auch gut. Naja. Ist der Skill geendet worden? Scheinbar ist der Skill schon geendet worden. Einmal. Ich habe nicht immer erinnert, dass ich so Laser geschossen habe. Keine Ahnung. Aber es spielt sich sehr spaßig. Auch wenn wir die ganze Zeit wieder weg sind vom... Ich kann mich zurückgehen. Ich denke, ähm... Ja, es ist nur 4%. Aber Mini-Helf ist halt auch richtig. Gut. Und dann einfach mehr auf Damage gehen. So. Wir können noch zum nächsten Waypoint kurz gehen. Ah, es ist ziehsuchend. Sehr gut. Das ist auch praktisch. Ich ziehe so unter... Angriffe. Ja. Sehr mit Einzelangriff. Aber dafür ein starker, sehr starker Einzelangriff. Waren wir den Rüstungen dann. Ja. Sehr stark. Unglaublicher. Ja. Ist natürlich praktisch. Jetzt haben wir noch 3. Nicht so viel kotzen. Ich habe jetzt extra noch die Form gelassen. Ich durfte aber nicht mehr angreifen. Dann habe ich sie einfach beendet. Dass der doofe... Gegner weg war. Und auch die Schlange von ihm übrigens. Ja, ziemlich... Komischer Gegner. 500 Schaden pro Schuss. Also ich muss einfach die Minion-Damage noch ein bisschen höher treiben. Und er tut ja auch nicht sterben, das Spriggen. Also... Hm. Der B könnte echt stark werden. Hätte ich nie gedacht. Ich hatte gedacht, ja, so ganz normal. Ja. Aber... So besser. Was bin ich jetzt? 32. Okay. Können wir im nächsten Part eigentlich dann direkt schon... Äh... Spell-Damage, Physical-Damage, Physical-Damage... Hm. Liebe 7. Naja... Der ist schlechter. Aber wenn Hit, äh... Helling and Noah ist einfach ein bisschen zu wenig prozentuell. Ja, dann gehen wir den nächsten Ding. Ich tue die Unix noch mal schauen, ob sie besser sind und wenn nicht... Äh... Also, ich tue die Unix mehr.